Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar liegt heute einfach mal Schnee draußen. Wie krass ist das denn bitte? Das erste Mal in diesem Jahr. Und ich bin so excited und möchte unbedingt Schlitten fahren. Tom und ich starten jetzt aber erstmal ganz entspannt in den Tag und frühstücken jetzt erstmal zusammen. Und dann muss ich irgendwoher mir einen Schlitten organisieren. Mal sehen, ob das klappt. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit. Das wird einfach so ein Stallvlog im Winter. Peel the Avocado. Peel the Avocado. Wir machen jetzt erstmal Guacamole. Guacamole. So, so nice. Eigentlich müssen wir heute so Schneebilder machen, Tom. Ich denke jetzt schon mal den Tisch. So sieht unser Frühstück jetzt aus. Dann koste mal deine Avocado. Boah, Alter war das knapp. Das war ein Glas. Leider habe ich es nicht mehr drauf, aber dein Blick. Machst du dir jetzt Butter unter die Avocado-Creme? Doch. Nächstes Mal mache ich Philadelphia und die leckere Avocado-Creme. Das sind zwei Avocados, ein paar Tomaten und Limette und Guacamole-Gewürz. So nice. Ich bin excited. Schmeckt gut. Und jetzt probiere ich auch mal deine leckere Guacamole. Ich will hier auch unbedingt mal diese Stullengewürz probieren, weil das habe ich irgendwie nie probiert, weil ich dachte, das wäre nur für Stullen. Aber jetzt habe ich verstanden, dass mit Stullen einfach Brotgewürz gemeint ist. Ach so. Also so habe ich es jedenfalls jetzt verstanden, glaube ich. Nein, das ist wieder falsch. Irgendjemand hat das letztens im Schrank gesehen und meinte, boah, wie geil, das ist voll lecker. Und ich so, hä, ich habe das noch nie probiert. Es schmeckt vorzüglich. Das sieht so ein bisschen aus wie Tee. Pimp your bread und mache aus deiner Stulle ein brotiges Vergnügen. Streue das Stullen, Spice einfach auf deinen mit Butter, Frischkäse, Avocado. Okay, Avocado. Dann mache ich das mal hier drauf. Ja, kann man machen. Die Guacamole ist halt an sich schon sehr geschmacksintensiv, deswegen schmeckt das gerade noch nicht so richtig krass. Aber das, was ich schmecke, schmeckt ganz gut. Und, probier mal. Die sind halt schon seit einer Woche geöffnet. Bei unter plus sieben Grad ungeöffnet, mindestens halbbar bis elfter, zwölfter. Da steht halt ungeöffnet, deshalb, ich tue hier mal schön viel Senf drauf. Dann schmeckt man das gar nicht, meinst du? Ja, genau. Also der Senf ist noch viel. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, wenn du dir hier einen zweiten gönnst. Ja, werde ich dann heute Abend merken, wenn ich Bauchschmerzen habe. Ich bin jetzt ins Auto gestiegen, denn es geht jetzt in den Stall. Ich habe aber noch ein paar weihnachtliche Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel diese mega cuten Ohren. Denn ich möchte heute irgendwie noch so ein Weihnachtsfoto machen, denn dieses Wetter muss genutzt werden, wenn einmal Schnee liegt. Dann muss man gleich Bilder machen. Und dann habe ich noch für die Ponys so Gamaschen. Also die bringen, glaube ich, gar nichts, aber sehen einfach ultrasüß aus. Die hatte ich mir mal irgendwann im letzten oder vorletzten Jahr gekauft. Dann habe ich noch ganz viele Weihnachtsmützen und noch so ein Pullover. Vielleicht sieht den Tom an. Und das finde ich auch noch richtig süß. Und zwar haben wir hier noch so einen Schlips. Damit haben wir letztes Jahr unsere Weihnachtskarten gemacht. Denn wir wollen nämlich ein paar Fotos für eine Weihnachtskarte noch machen. Ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt erst mal los, aber ich weiß nicht, woher ich einen Schlitten bekommen soll. Ich habe gerade schon meine Mama gefragt, aber sie meinte irgendwie, dass sie es auch nicht weiß. Vielleicht haben wir bei uns auf dem Dachboden noch einen Schlitten. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Hallo, na mein Schatz? Oh, ich bin Valentino. Sieht vor allen Dingen im Schnee sowas von süß aus. Er hebt sich halt so komplett ab. Schaut euch einfach dieses Winter Wonderland hier an. Es ist einfach unfassbar schön. Ich liebe es. Es ist halt richtig, richtig kalt. Aber ich liebe Schnee irgendwie. Besser, als dass es nur mega kalt ist. Das waren die letzten Tage nämlich der Fall. Da war alles einfach nur gefroren. Aber es lag kein Schnee. Und jetzt ist es einfach richtig, richtig schön. Uuh. Da kommen die winterlichen Gefühle auf. Gollum führe ich jetzt gerade ein bisschen in der Halle. Das wurde heute Morgen auch schon mit ihm gemacht. Weil das Problem ist, dass er ja Eisenwunde hat. Und ich habe leider noch keine Schneegrips. Also kann ich ihn nicht rausstellen, weil das sonst total aufstollt. Aber er braucht ja auch diese Eisen. Vom Tierarzt aus, weil er ja diese Hufgelenksentzündung mal hatte. Und seitdem läuft er einfach so viel besser mit den Eisen. Naja, beim nächsten Schmiedetermin kommen auf jeden Fall die Schneegrips runter. Jetzt gerade helfen wir uns hier ein bisschen aus, dass wir immer, wenn die Halle frei ist, dann stelle ich ihn hier jetzt rein. Dann haben wir ja Gott sei Dank auch noch ein Laufband bei uns im Stall. Dass er auf jeden Fall ausreichend Bewegung bekommt. Zum Glück sind das ja auch nur ein paar Tage im Jahr, wo es so kalt ist oder wo es schneit. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel gar keinen Schnee. Ich glaube, das reicht jetzt auch mit dem Führen. Ich will nur nicht, dass er aus der kalten Box quasi direkt losbockt. Aber er ist eigentlich echt entspannt, weil er halt eben ausgelastet ist, weil er so viel geführt wird. Und später reite ich ja auch noch. Willow darf jetzt auch dazu. Ich bin einfach richtig froh, dass wir so eine schöne Halle haben, wo die Pferdchen sich ausgiebig bewegen können. Und dass wir die vor allen Dingen hier auch freilassen dürfen. Das ist ja auch nicht in allen Hallen selbstverständlich. Schaut mal, wer jetzt noch gekommen ist. Hella, 10 Euro, wenn du in den gefrorenen Teich springst. Ich spring da nicht rein, aber ich würde da drauf gehen, wenn der komplett gefroren ist. Ja, probier es. Okay, hier ist es ehrlich gesagt nicht so gefroren. Ich gehe zur anderen Seite. Oh, leider ist es noch nicht so doll gefroren. Aber wenn es noch kälter wird, wäre es ja so witzig, wenn man hier drauf dann Schlittschuh läuft. Ja, stell dir das vor. Ja, mini klein ist das zum Schlittschuhlaufen. Aber wie witzig wäre das, um Steilschlittschuhlaufen? Ja, jetzt lass mal die Fotos machen. Erst mal Schnee essen. Dann holen wir ihn mal und machen ihn mal Paddings. Diese schöne Halfte habe ich nämlich mitgebracht. Sieht auch richtig schön weihnachtlich aus, finde ich. Weihnachtlich? Das ist einfach braun. Ja, aber es passt zur Weihnachtszeit. Ja. Aber es passt wahrscheinlich auch zu jeder Zeit. Guck mal, Valentin ist jetzt auch mal gekommen. Hallo! Oh, er ist so süß. Er sieht einfach aus wie ein kleiner Teddybär. Tom, wie machen wir das eigentlich mit den Bildern? Wie sollen doch beide da drauf? Ja, ich habe ein Stativ mit. Ah, okay. Ja, das ist doch gut. Dann müssen wir mal rennen. Einer drückt drauf. Oh nein. Der andere hält dann beide Pferde fest oder was? Ja. Ach, das kann ja was werden. Alles für die perfekte Weihnachtskarte. Ich habe das hier jetzt dran gemacht. Diesen Haarreifen. Wir haben das ganz praktisch. Und zwar kann man das hier so aufmachen. Dann so ein Mähengummi hier einfach zweimal drum. Und dann auf beiden Seiten befestigt. Diesen Haarreifen quasi da durchgesteckt. Und jetzt hält es. Super. Er versucht es abzubekommen. Hammerschön, oder? Das sag ich dir. Wundervoll. Dann hol mal das große Rentier. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Gollum. Jetzt zeige ich euch nochmal den Lifehack anhand von Gollums Halfter. Und wenn der Trick genauso gut bei euch auch funktioniert, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt machen wir das einfach hier so durch. Und die andere Seite kommt natürlich auch noch. Weil Valentinos Halfter hat es sogar noch ein bisschen besser funktioniert, weil sein Kopf einfach ein bisschen kleiner ist. Und dann hole ich mal Gollum. Die Kamera ist aufgebaut. Und wenn man jetzt hier mal drauf drückt, sieht man Hella und die beiden Rentiere. Und da hinten stehen sie. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie hinkriegen, dass ich innerhalb von 10 Sekunden darüber renne. Den Auslöser hier drücke und die Pferde dann auch noch richtig stehen. Naja, wir probieren es mal. Also. Was ist passiert? Ich dachte, vom Baum wäre irgendwie Schnee hier hingekommen, ne? Siehst du das hier? Ja. Und dann mache ich das so weg und dann ist es Vogelscheiße. Iiiiih, sitzt da irgendwo ein Vogel oder was? Oh nein! Dass mir immer sowas passieren muss, ist für mich einfach frech. Äh, das Bild ist auf jeden Fall schon mal nichts geworden. Ich war zu langsam. Aber so ist gut, ja. Jetzt haben wir ein Querformat für die Weihnachtskarte Lachen. Denn, Valentino hat jetzt noch einen Schlips umbekommen. Und ich hatte eine gute Idee, wir fragen jetzt einfach Marley, dass sie die Fotos macht. Ja, das ist besser. Als dass du hier zehnmal hin und her rennen musst. Beckelter Tannenbaum. Sieht das gut aus? Ja. Oh, er wurde schon wieder angekackt. Siehst du das? Hä? Oh mein Gott, ich kann hier länger nicht mehr stehen bleiben. Wo bist du? Gleich bekomme ich das auf den Kopf. Hier hat er auch schon scheiße. Seht ihr das? Irgendwo sitzt hier ein Vogel. Der hat zu viel. Der hat, glaube ich, irgendwas mit dem Magen heute. Oh Mann, ey. Hä? Aber wieso sieht man denn nicht? Den kleinen Frechen haben wir jetzt schon weggebracht. Und jetzt mache ich noch ein paar Standbilder. Nur mit Gorlum, ne? Tom ist jetzt nach Hause gefahren. Ich werde jetzt mir Valentin schnappen, die fertig machen. Und mit dem Geschirr ausstatten. Denn es geht gleich wirklich richtig los. Wir werden heute noch Schlitten fahren. Aber wir sollten uns ranhalten, weil es jetzt auch schon wieder langsam dunkel wird. Um 16 Uhr geht nämlich die Sonne unter. Ich habe mir gerade noch Folgendes überlegt. Und zwar bestellt Tom ja jetzt gleich Karten. Also einfach Weihnachtskarten für Freunde und Familie. Ich meinte aber, er soll noch ein paar mehr mitbestellen für euch. Also falls ihr was in meinem Online-Shop oder auf hoppigaloppy.de, falls ihr dort das Spiel bestellt, kriegt ihr eine unterschriebene Weihnachtskarte von mir mit dazugelegt. Das habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt. Ich werde das Tom gleich nochmal sagen und dann hoffe ich, bestellt ihr die. Und dann kriegt ihr, also alle, die vor Weihnachten noch was bestellen, kriegen dann eine Weihnachtskarte mit dazu. So, jetzt hole ich die Pones und dann geht's los. Ich habe Valentino jetzt schnell mal fertig gemacht. Ich habe ihm hier sein Geschirr angelegt und habe an die Stränge noch Stricke gemacht, damit es einfach ein bisschen länger ist. Denn sonst würden wir direkt hinter ihm sitzen. Genau, Valentino. Kann losgehen, ne? Jetzt kommt jeden Moment Clara mit einem Schlitten. Clara hat jetzt die Stricke hier mal dran gemacht. Vielleicht muss man eine Seite dann ein bisschen kürzer machen, sodass die gleichmäßig lang sind. So, wir sind jetzt los. Clara hält den Schlitten noch, weil hier gerade nicht so viel Schnee liegt. Die meisten Menschen mit Schlitten würden jetzt sagen, da ist unsere Rodelbahn. Wir sagen, da ist unsere Ponybahn. Pony-Schlittenbahn. Und jetzt geht's los. Wir werden hier richtig abgehen. Clara sitzt ja schon drauf und es klappt richtig gut. Wow, Leute. Ich muss mich jetzt hier einfach Schnee mit draufsetzen. Ich fühle mich hier irgendwie sehr weit unten, tatsächlich. Auch sieht hier richtig nach Winter Wonderland aus. Also, Valentino macht das mega gut. Ist wahrscheinlich für ihn jetzt auch nicht so ein richtiger Unterschied wie zum Kutschelfahren. Aber für uns ist es halt mega cool. Oh. Okay, Valentino, wir sind hier im Sand. Vielleicht nochmal irgendwie aufs Feld oder so. Ein Strick ist gerissen. Clara macht jetzt einen Doppel-Doppel-Knoten. Vielleicht hält das Ganze dann ein bisschen besser. Oh, Valentino, gleich geht's weiter. Oh, er ist so motiviert und süß. Ist hier einfach die perfekte Rodelbahn. Wirklich. Richtig geil. So geil sieht das aus. Oh, Valentino. Wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg, Valentino hat das so brav mitgemacht und wir sind einfach am Ende noch einmal runtergefallen, weil wir einfach über so ein Huggel drüber sind. Ja und dann hält der Schlitten das natürlich nicht, also lagen wir dann direkt unten. Meine Hände sehen jetzt so aus, meine Jacke ist halt komplett dreckig, aber wir hatten wirklich den Lachfleisch unseres Lebens. Es ging gar nicht mehr. Gott sei Dank ist Valentino so lieb stehen geblieben dann. Also so mit dem Schlitten zu fahren ist nicht ganz ungefährlich, muss man wirklich mal sagen, aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Oder Clara, wie fandest du es? War richtig gut. Richtig geil. Ich kann auch da schneiden. Ja, ist so. Die Halle ist jetzt gerade noch mal eben frei. Also darf Gollum sich da auch noch mal hier wieder ein bisschen frei bewegen. Willow hole ich jetzt auch noch mal dazu und dann haben die hier ihr riesen Paddock. Ich habe jetzt einmal kurz das Futter in den Eimer getan und werde das jetzt erst mal vorbereiten. Yummy, yummy, yummy. Es ist jetzt einfach schon fast 18 Uhr. Ich muss mich wirklich mal ein bisschen ranhalten. Ich habe mir überlegt, dass ich Gollum heute jetzt noch schnell langieren werde und morgen geht das Video dann weiter. Da will ich nämlich mit Halswing reiten und ein Special Guest wird auch noch mit dabei sein. Also freut euch auf morgen. Dann geht es gleich direkt weiter. Schaut mal, wer da ist. Lucy. Endlich bist du wieder zurück. Aber nur für zwei Tage leider. Aber mega nice. Jetzt können wir gleich alle zusammen reiten. Ich sitze jetzt auf Gollum drauf. Ich werde meine Jacke gleich ausziehen. Deshalb hängt die hier jetzt gerade noch so offen. Ich ziehe die jetzt sofort aus. Ich habe die Steigmügel heute ein bisschen länger eingestellt. Das ist ganz angenehm, weil ich habe ja diese Dressurstiefel an. Und wenn ich die dann am Springsattel trage, ich wollte eigentlich die andere nehmen von mir. Habe ich aber nicht. Und dann hatte ich schon diese Dressurstiefel an, wollte aber mit Springsattel reiten. Und das tut dann noch ein bisschen weh, weil die halt eben so neu sind. Ach so, und ich habe heute, das ist der Trick à la Tricks, ich habe einfach eine Leggings unter meiner Reithose an. Das ist echt praktisch bei diesen mega kalten Temperaturen, weil dann friert man nicht so an den Beinen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt fertig mit dem Training und es war richtig gut. Es macht einfach so viel Spaß mit Gollum am Halsring zu reiten, weil er einfach so krass fein in den Hilfen ist. Und das macht richtig, richtig tolle Spaß. Ist halt richtig fein, ob es Wolken sind, ob es Mitteltrab ist oder was wir halt machen. Er macht das halt alles richtig gut am Halsring. Ich finde das dann auch als Überprüfung total gut, ob man zügelunabhängig reitet. Natürlich klappt nicht alles von Anfang an und das war auch ein sehr langer Weg. Ich meine, ich reite seitdem ich 14 bin mit Halsring. Da hatte ich meine erste Stunde an meinem Geburtstag, als ich 14 geworden bin. Seitdem bringe ich den Halsring auch in meine wöchentliche Arbeit irgendwie mit ein. Jetzt bin ich schon länger nicht mehr mit Halsring geritten, aber das sitzt dann irgendwann einfach. Natürlich fängt man ganz langsam an. Erstmal lässt man die Trense noch drauf und irgendwann laufen die dann richtig gut mit Halsringen. Nach getaner Arbeit darf natürlich das Hinlegen auch nicht fehlen. Er kriegt dann immer diesen Leckstein und dann bleibt er so lange liegen, wie ich möchte. Das ist echt ganz praktisch und dann kann ich mich hier auch so draufsetzen. Gollum. Ich will hier gerade meine Sachen wegbringen und schaue durch meine Tasche an. Ich habe die aus Versehen hier hingelegt bei dieser Regenrinne und jetzt ist sie einfach komplett nass. Johanna, ich habe jetzt eine Überraschung und zwar wollen wir jetzt Glühwein trinken. Also habe ich diese Tassen bestellt. Wie findest du die? Cool, ne? Acht, Reiter, Halter, Hübein. Weil wir dann auch so reiten auf dem Pferd. Ja, genau. Also ich muss echt nochmal sagen, diese Tasse ist halt so nice. Hier steht vorne halt Hübein drauf und auf der Rückseite Vorsicht, hot. Ich finde die richtig cool. Das ist auf jeden Fall Gollum. Ja. Das ist Bambi. Ihr braucht nur so ein Echt. Die sehen halt echt aus wie Bambi. Die sehen wirklich so aus. Vor allem weil das auch so klein ist und so. Ich fülle jetzt noch heu bei den Ponys auf und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich riesig. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.